Es war einmal, vor nicht so langer Zeit, an einem Ort nicht so weit entfernt von hier. Da lebte ein Vater mit seinen zwei Söhnen und lehrte sie über die Geheimnisse des Lebens. Eines Tages fragte der Vater seine Kinder, wer von euch kann mir sagen, wann genau der Tag beginnt und die Nacht endet? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020